Mist 4, Schrägen, 5 Grad, 992. Benwood, Ostnot Ost 4, Schrägen, 5 Grad, 996. Stornowell, Ostnot Ost 4, 7 Grad, 1004. Seewetterbericht von Donnerstag, dem 4. April 2019, 5 Uhr GZ, herausgegeben von Rebetadentrumbe. Bis heute Nacht ist in folgenden Vorhersagegebieten mit Starkwind zu rechnen. Südwestliche Nordsee, Fischer, Urtira, Skagerak, Südöstliche Ostsee, Englischer Kanal des Thaim, Englischer Kanal aus Thaim. Wetterlage von Donnerstag, dem 4. April 2019, 5 Uhr GZ, 5 Uhr GZ, 1027. Nordwestwestland, etwas Abschwächen, Kail, 1010, Südnorwegen.